Sie hatte nach ihrem Bachelorstudium nur ab und zu Artikel für ein paar Zeitungen geschrieben. Der große Durchbruch war aber bisher ausgeblieben. Sie war froh, dass ihre Eltern sie bis heute finanziell unterstützten. Dann hatte sie über eine Freundin die Chance erhalten, in Syrien als Journalistin die Geschichten der Menschen ohne Stimme zu gestalten. »Nichts mit dieser Embedded-Journalism-Kackscheiße umringt von sabbernden, notgeilen Soldaten«, hatte ihre Auftraggeberin gesagt, als sie für ein Gespräch in Mitte zusammengekommen waren. »Wir haben lokale Verbindungsleute, die für deine Sicherheit garantieren, du würdest dich komplett in der Gesellschaft bewegen und in der Lage sein, die Geschichten zu erzählen, die sonst keiner hört.« Das könnte der lang erwartete Durchbruch sein. Nun war sie im Land. Wow. Bei ihrer Ankunft war sie etwas enttäuscht gewesen. Statt eines jungen Widerstandskämpfers als Bodyguard oder – sie war ja progressiv, einer starken Rebellin – kam ein kleiner, dicker und gelangweilter Mann, der kein Wort Englisch sprach. Sie wollte nicht eurozentrisch sein, aber sein Auto stank und er telefonierte die gesamte Fahrt zum Hotel überlautstark mit einem anderen Mann, während er widerlich hustete. Sie wollte noch nett sein und schüttelte ihm sogar die Hand, als er ihr seine Nacht der Fahrt entgegenstreckte. »Shukran«, sagte sie noch zu ihm, »aber er rollte nur mit den Augen«, »Macho«. Doch jetzt war sie geduscht und ausgeruht und würde bald ihre eigene Begleitperson und Dolmetscher kennenlernen. In Gedanken gab sie schon Interviews im öffentlichen Fernsehen und war als Teilnehmerin in Talkshows geladen. Noch schnell eine Nachricht an ihre Freundin Lena schicken, die die ganze Sache eingetütet hatte. Sie würde ihr etwas ganz Besonderes mitbringen von ihrer Reise. Weil es noch ein wenig dauern würde bis zum nächsten Termin am Abend, wollte sie die Stadt erkunden, die lokale Kultur kennenlernen und noch ein paar Fotos oder Clips für ihre Reels schießen. Auf der Hinfahrt hatte sie einen Basal gesehen, wo verhältnismäßig viel Trubel herrschte. Der lag nur ein paar Straßen entfernt und wäre einfach zu Fuß zu erreichen. Sie würde sich noch ein Kopftuch anlegen, sie war ja nicht naiv. Nach einem Check im Spiegel des Hotelzimmers begab sie sich auf den Weg in Richtung Stadtzentrum entlang der Hauptstraße. Das stellte sie schon als Herausforderung heraus, da es teilweise weder Bürgersteige noch Ampeln gab. An einer Straße wartete sie fast fünf Minuten, bevor sie sie dann rennend und zusammen mit einer Bande Kinder überquerte. Sie wurde von allen Seiten angehubt, aber sie schaffte es und erhaschte sogar noch ein paar Schnappschüsse der Kinder. Das würde bestimmt Likes bringen. Sie war jetzt nur noch ein paar hundert Meter von dem Bazar entfernt und malte sich schon aus, wie sie in Kürze exotische Gewürze und Textilien bestaunen würde. In Gedanken verloren fiel ihr nicht auf, dass an der Straßenecke mehrere Männer in Uniform standen. Als sie nur noch wenige Schritte entfernt war, blaffte sie ein bärtiger Mann von vorne mit ausgestreckter Hand an. Zwei weitere bewegten sich zu ihren Flanken. »Java Safa«, wiederholte der Mann ungeduldig. »I don't understand«, erwiderte Jasmin nervös. »Wer waren diese Männer?« »Was hatte sie denn getan? Sie wollte doch nur zum Bazar.« »Passport«, »I don't know »